so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die exploder 10 von tropic eine schöne kleine batterie für 10 euro und heißt exploder 10 lustig 30 mm hammer hier und fette zerleger den effekt kann ich euch gar nicht so richtig gerade beschreiben den gucken wir uns nämlich jetzt an viel spaß ich glaube die exploder reihe ist sonst nur in f3 gefächert das ist mit die einzige batterie in f2 glaube ich so exploder 10 am start geil stark für den 10er kauft euch die stark so 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 so